Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und ihr habt es schon gesehen. Ja Freunde, ich mache jetzt gerade einen Livestream und zwar meinen allerersten auf Twitch. Ja Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne auf diesem Video einen Daumen nach oben da und schaut unbedingt beim Link in der Video-Überschreibung vorbei. Dort geht es nämlich zu Twitch. Ja Freunde, ich werde dort mit euch ein bisschen zocken, denke ich mal ein bisschen Ultimate Team, Coop Season, Pro Club. Ich werde einfach ganz spontan was machen, werde auch richtig viel auf euch eingehen, und auf eure Nachrichten, die ihr dort auf der Seite bei Twitch reinschreiben könnt. Ich hoffe, ihr schaut vorbei, der Stream wird ungefähr, ja nicht über Mitternacht dauern, also nicht länger als Mitternacht. Und ja Freunde, ich freue mich wirklich auf euer Kommen. Ich hoffe, ihr schaut zumindest mal vorbei, Link ist in der Video-Überschreibung.